Ich gehöte mit Nico Longboarden. Was ist denn das Longboarden? Sowas wie Skateboard fahren, nur gechitter. Ihr macht ganz schön viel zusammen in letzter Zeit, oder? Und? Nichts. Scheint ja so ganz nett zu sein. Aber? Du hast ihn mir doch als Freund vorgeschlagen. Der ist mit... Also praktisch schon deinem Alter. Mom, wir sind Freunde und gehen Longboard fahren. Da entstehen keine Kinder, oder? Ach, bist du schlau. Bis heute Abend. Lara, passt auf, ne? Du wüsstest, wie auch ich mich schon aufs Maul gepackt habe früher. Du bist echt Vater, oder? Ja, wieso fragst du das jetzt? Wieso? Ich könnte dir einfach gar nicht vorstellen, jetzt schon in meinem Alter ein Kind zu haben. Das könnte ich mir... Wo ist denn da jetzt? Dein Sohn? Ich habe meinen Vater auch erst kennengelernt, als wir hier hingezogen sind. Aber... Du verstehst dich doch jetzt ganz gut mit dem, oder? Komm. Wie heißt denn der eigentlich, dein Sohn? Loki. Also, Lukas. Sieht der dir ähnlich? Ja. Der hat meine Augen. Hast du ein Bild? Klar, warte mal. Zum Glück schickt Caro mir immer noch was Aktuelles. Am Rechner. Wenn du willst, zeig ich sie dir. Gerne. Das ist eh mega kalt jetzt. Was machst denn du? Ähm... Meinen Freunden absagen, die später kommen wollten. Okay, dann zeig mal was du gelernt hast. Guck mal, das ist ähm... Chichen Itza. Das ist so eine Maya-Tempel. Die sind auch riesig. Wer ist denn diese Frau da? Aus Colorado. Und... Das hier ist so eine alte Pyramide. Aber das hat nicht aufs Bild gepasst, weil das so riesig war. Wer ist denn diese Kate aus Colorado? Ähm... Schau mal, hier kannst du auch sehen, wie nur zweimal im Jahr so ein kleiner Streifen beleuchtet wird. Wer ist denn diese Kate? Und... Da haben die Mayas dann einfach ans Ende von dem Streifen so einen Schlangkopf gebaut. Ist das nicht cool? Schau mal, hier kannst du es auch noch besser sehen. Da. Da siehst du. Den kleinen Streifen, wie der beleuchtet wird. Und das ist dann der Körper von der Schlange. Wart ihr zusammen? Wer? Ja, du und diese... Kate. Quatsch. Mach das nochmal. Doch, mach das nochmal. Nein. Also wart ihr zusammen. Ja, nicht wirklich. Weißt du, auf Reisen, da ist das anders. Da trifft man sich, hat ne gute Zeit zusammen. Und dann trennen sich die Wege halt auch wieder. Aber... Wieso willst du das alles so genau wissen? Nur so. Ich will halt wissen, was du so erlebt hast. Ich erzähle dir grad die ganze Zeit von den Wundern der Mayas. Und du interessierst dich nur für Kate. Seit wann interessierst du dich denn bitte für die Wunder der Maya? Ich geh mal kurz. Oh. Hallo Lara. Klar. Aber das ist doch ne Taktik. Die sparen halt ihre Kräfte. Gib doch ab, Mensch! Pass von Bender zu Reus. Dann aber Ballverlust am Gebele. Oh, fuck. Da ist noch nicht so viel los auf dem Spielfeld. So weit noch keine Torchancen für die Schwarz-Gelden. Ja. 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 Schieß doch! Mensch! Oh Gott. Oh Gott. Pff. Oh, 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 oh. Das ist gefährlich. Guck dir das doch mal an. Das ist doch nicht zu fassen. Na, bewegt euch doch mal, Mensch! Ach. Na, so wird das doch nichts mehr. Ja. Ich, ähm, geh mal ein Wasser holen. Ach. Muss ich dir nicht mehr so gut gucken? Ja. Können wir nicht mehr so gut gehen? Das lange nicht mehr so gut machen. Vielen Dank.